Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu der Arma News. Im Namen von Arma World und natürlich im Namen von mir, dem Epic Team X, möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Das Jahr geht voran, wir haben jetzt schon Mai und Apex nähert sich und es wird Zeit, einen Blick auf die Version 1.58 zu sehen. Die ist jetzt nun die Woche rausgekommen. Wir schauen uns ein Sit-Rap an, werfen einen kleinen Blick in Richtung Apex, gehen einige Community-Projekte durch. Also ihr seht, wir haben heute sehr viel vor. Ich wünsche euch viel Spaß bei den News und ich würde sagen, legen wir los. Beginn einer jeden Arma News hat es schon fast Tradition. Beginnen wir heute mit dem Sit-Rap 00152 vom 19. April 2016. Dieser ist Anfang letzter Woche erschienen und dreht sich natürlich noch einmal um die Version 1.58, dass die diese Woche erscheinen sollte, beziehungsweise letzte Woche. Das ist jetzt auch passiert, der Release-Stand an. Dazu werden wir uns ja später noch einmal mehr angesehen. Jetzt gehen natürlich die Arbeiten an Apex vollkommen los. Das heißt, das Team von Bohemian Directive spezialisiert, arbeitet jetzt besonders intensiv an dem Add-on Apex, wo wir uns viel erwarten können, was wir bereits in den letzten News angeschaut haben und uns in vielen weiteren News noch ansehen werden, dem Fortschritt des Updates. Ich werde euch da auch immer fleißig informieren. Schon allein wegen der Apex-Co-Op-Kampagne, also einer Kampagne, die ihr mit Freunden zocken könnt, denn die wird inbegriffen sein, sollte das doch schon ein Grund sein, warum sich Apex lohnen sollte. Also hier auch einen kleinen Einblick darauf, was uns erwartet. Eine Co-Op-Kampagne mit Apex steht uns also bevor. Außerdem war BI bei den Game Access 2016 und außerdem wird hier noch einmal erwähnt, dass sie doch an den Animationen arbeiten. Das heißt, dass wir in der Kampagne und auch wahrscheinlich dann in den Animations-Viewer und Animationen, die wir verwenden können für unsere Mission, weitere interessante Animationen aufnehmen können, viel damit arbeiten können und sie gehen auch noch einmal darauf ein, dass sich die Mod Alive geupdatet hat. Auch das wurde nochmal besprochen. Alive ist eine sehr infanterielastige Mod. Dazu werde ich später nochmal vielleicht ein Video machen, beziehungsweise in den nächsten Wochen, Monaten, wenn das Ganze ausgereift ist, beziehungsweise ich mir das Ganze genauer angesehen habe, dann wird das kommen. Außerdem arbeitet BI nun an einem neuen Targeting-System für Arma 3, für das Apex-System. Das wird uns also erwarten, wenn wir mit Apex loslegen können. Auf der Hashtag Road to Apex geht es also weiter von BI. Hier bleibt also abzuwarten, was noch weiteres kommen wird. Und natürlich sagt eines BI, es ist ihm stolz darauf, dass sie es endlich geschafft haben, mit Version 1.58 das Waffenwechsel während des Laufens hinzuzukommen. Das steht ebenfalls in den Sit-Rap und dass die Kommentarfunktion vom Eden-Editor bald kommen wird. Also auch vermutlich mit Apex bei der Geschichte. Und dass es allgemein in der letzten Zeit viele Informationen über den Eden-Editor gab, die hinzugefügt werden kommen, die auch stellenweise natürlich auch mit Apex reinkommen werden. Also hier erwartet uns natürlich mit Apex und dem Add-On zukünftig auch einiges an weiteren Features. Der Eden-Editor ist nicht tot, aber im Gegenteil, er wird weiter und weiter gepatcht. Und es bleibt also abzuwarten, was dort noch kommen wird. Wir sehen also, in diesem Sit-Rap steht einiges drin. Vieles wiederholt sich aber auch, was wir uns in den letzten News angesehen haben. Und ansonsten gibt es hier erst einmal nichts weiter Nennenswertes. Werfen wir einen Blick auf eine weitere Funktion von Apex. So wird mit Apex auch unter anderem das Zielsystem, das Targeting-System von Einheiten überarbeitet. Das soll unter anderem auch bessere Kommunikation zwischen Mitspielern und Crew erfolgen, sodass Ziele besser erkannt werden und dann auch auf der Karte erscheinen können. Und solange sie verschwinden, quasi aus dem Bild des eigentlichen Spielers verschwinden, sollen sie irgendwann auch wieder dann auf der Karte verblassen. Hier soll also eine erweiterte Crew-Kommunikation stattfinden, eine weitere Kommunikation nach außen, sodass man Targets besser sehen kann, besser ausschalten kann. Näheres dazu würde ich später gerne noch einmal zeigen, beziehungsweise in einem separaten Video. Hier aber nochmal, wer das jetzt schon nachlesen möchte, kann das gerne tun. Link ist dazu unten in der Beschreibung. Und wie gesagt, in den nächsten paar Wochen wird es dazu sicherlich auch noch mal ein kleines Showcase geben. Das muss aber erst ordnungsgemäß aufbearbeitet werden. Ein weiterer Punkt in der heutigen Arma News wird der Obrap sein, zu der offiziellen Mod, die erschienen ist. Es kam in der letzten Woche eine Mod raus, eine Waffen-Mod, die P90 heraus. Das kann sozusagen als kostenloser DLC betrachtet werden von BI, der aber allerdings nur im Steam Workshop erhältlich ist und als Mod aktiviert werden muss. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie sich bei der Community für so viele Mods bedanken wollen und den Steam Workshop auch weiter fördern wollen, weil sie davon sehr überzeugt sind. Die P90 sieht im Design sehr, sehr hübsch aus, das muss man schon gestehen. Da sieht man auch, dass da viel Liebe drin steckt. Und man erkennt auch, dass es eine offizielle Mod ist, was man das ansieht. Dass das Ganze wohl sehr detailreich ist und sehr gut mit den Vanilla-Sachen funktionieren sollte. Also hier eine sehr schöne Waffe, die vor allen Dingen im Nahkampf sehr gut zu gebrauchen ist. Im Fernkampf wohl eher weniger. Aber das könnte den Häuserkampf, das CQB in Arma, zumal wir auch immer bedenken müssen, dass wir in Apex sehr viel in den Nahkampf gehen werden. Vermutlich durch Dschungel deutlich angenehmer bereiten. Aber hier wird wohl die Community zeigen, wie die Waffe eingesetzt wird, wo es Sinn macht. Und hier, wie gesagt, eine offizielle, kostenlose Mod von Arma 3, von den Arma 3 Entwicklern. Die P90 ist jetzt erschienen. Werfen wir uns einen Blick auf die Version 1.58. Die erschien letzte Woche jetzt endgültig und beinhaltet doch mehr Informationen, mehr Updates, als ich eigentlich persönlich angenommen hätte. Vieles davon hätte ich eher in Apex erwartet. Aber so wurde das Task-System bereits jetzt vollständig überarbeitet. Die Map ist dynamischer, man kann zwischen den Tasks bequemer hin- und herswitchen, man kann das ganze Ordnungsgewäse einstufen, man kann Unterkategorien erstellen. Und das Ganze wirkt jetzt wirklich viel runder und schöner. Und außerdem ist es möglich, individuelle Tasks zu erstellen. Was es beinhaltet, werde ich in den nächsten Wochen zeigen. Auch dazu wird es Videos von meiner Seite geben. Hier ein Punkt, wo uns BI wieder neue Möglichkeiten bietet, zukünftig besser mit Tasks und individueller mit Tasks zu arbeiten. Ein ganz großer Pluspunkt ist natürlich das Waffenwechselsystem, was jetzt endlich hinzugefügt wurde. Spiele aller Art haben es bereits. Nun ist es auch endlich in Arma 3. Wir können während des Laufens Waffen wechseln. Das hat lange gedauert, ist aber jetzt ein wirklich großer Fortschritt für die Arma-Szene. Für die Gaming-Industrie natürlich nicht, aber für Arma-Spieler ist das doch ein Highlight unter dem Update. Außerdem wurden die Apex-Control-Preset hinzugefügt. Wir haben also die ersten Steuerungen von Arma 3 Apex, dem Add-On. So soll auch die Steuerung natürlich etwas überarbeitet werden. Diese können wir uns jetzt schon anschauen und damit üben. Mit Apex werden ja einige neue Funktionen hinzukommen, einige neue Sachen. Und so wird auch natürlich die Steuerung etwas überarbeitet werden. Außerdem kann man dieses Command-Menü jetzt bequemer steuern. Man hat also jetzt ein extra Menü, wo man sagt, okay, wir können Controls, also Tastenkombinationen, für jetzt die Commands einsetzen. So können wir also individuell bestimmen, dass wir Soldaten befehlen sollen, dass wir sie schnell auswägen können und das Command-System einfach damit runder funktioniert und besser funktioniert. Ein weiterer Punkt ist, dass jetzt endlich die Menü Streamlining hinzugefügt wurde. Das bedeutet also für uns, wir können jetzt auch so Waffen wechseln ohne Probleme. Das sehen wir auch ganz kurz hier in den ganz schnellen GIF von dem Punkt, dass wir also uns auch zukünftig von dem Action-Menü von Waffen wechseln verabschieden können. Das war ja auch lästig, sollte jetzt aber funktionieren. Ein ganz großer Pluspunkt, worauf viele gewartet haben. Was ich auch schon vorgestellt habe, sind die Eden-Editor-Compositions. Was ist dahinter? Ganz einfach, es sind Vorlagen für den Editor. Wir können uns Bases erstellen, wir können uns verschiedene Sachen erstellen und diese immer wieder auf jede Map-Compositions kopieren und einfügen. Damit können wir also schneller Base bauen. Wenn wir also sagen, wir haben eine Base, die uns besonders gut gefällt, haben wir jetzt mit dem Eden-Editor die Möglichkeit, diese zu speichern und immer wieder zu verwenden. Aus dem Wort, dass Difficult-System, dass das Schwierigkeitssystem überarbeitet. Hier können wir also jetzt noch mehr einstellen bzw. müssen auch einstellen, weil der Server auch sehr davon abhängt, was der Spieler bei dem Map-Erstatten einstellt. So wurde aber unter anderem einen Status entfernt und zwar der Profi-Status-Wort entfernt, der letzte Status-Wort entfernt, sodass es jetzt einen Status schwieriger gibt. Das macht das Spiel allerdings einfacher, aber wer das Ganze noch Hardcore haben will, kann es in der Custom immer noch sehr gut individualisieren und seine Einstellungen optimal finden. Aus dem Wort hat das UI, also wirklich das Interface davon nochmal überarbeitet. Wir haben also hier jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können jetzt hier einstellen. Das Menü ist schöner geworden, es ist runder geworden, es ist bequemer geworden, also hier können wir auch Einstellungen fortführen. Außerdem nicht direkt in Update inbegriffen, aber es stellt BI trotzdem nochmal vor, ist die erste offizielle Mod von Bohemian Directive. Die P90, die haben wir uns bereits im letzten Video angeschaut, das ist natürlich die P90, aber heißt natürlich hier in der Fachsprache ist es die ADR 97, ist aber eigentlich die P90. Und eine sehr schöne Waffe muss man allerdings als Mod hinzufügen, sonst ist es eigentlich quasi ein kostenloser DLC von BI. Werfen wir einen Blick auf die Mod Projekt Taunus, das habe ich bereits mehrfach vorgestellt. Es gibt jetzt ein Video von Andreas Steinhaus, der Entwickler der Taunus-Map ist, ein Mitentwickler. Dieser hat ein Video veröffentlicht zum aktuellen Status vom 17.04.2016, wo er etwas über die Insel fährt. Außerdem haben die Entwickler so ein bisschen gesagt, dass die Performance also aktuell wirklich sehr intensiv sein wird. Also nur starke Spieler, starke Rechner werden da wohl gute Performance haben. Also hier muss wirklich ein Rechner her, der es kann. Und leider wissen wir all, dass die Arma Engine ein Teil dazu beiträgt, dass das Ganze nicht rund funktionieren wird. Aber wer sich dieses Video anschauen wird, wird allein sehen, dass es sich lohnt, diese Kosten vom Performance hinzunehmen, denn diese Karte ist wirklich wunderschön. Eine gute Arbeit von dem Entwicklerteam hier und da einen großen, großen Respekt dazu. Allgemein wie die Update-Intervalle sind, wie sie oft die Community informieren. Das ist wirklich ein Mod-Projekt, was sehr, sehr gut und sehr vorbildlich funktioniert. Und wir uns sicher sein können, wo wir uns wirklich sicher sein können, dass das wohl definitiv zu 100% fertiggestellt wird. Schaut euch das Video an, es geht 22 Minuten. Wer die Mission, die 23 Minuten, wer die Mission, die Musik nicht mag, kann ja die eigene Musik anmachen und genießen eine Rundtour im Taunus. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus und sollte sich angeschaut werden. Werfen wir einen Blick auf die Version 5.0 von Relife RPG. Der neue Blog ist da und hier sollte ich als Vorwort sagen, stelle ich in der Arma News immer Projekte vor, die ich sehr interessant finde, wo ich auch merke, die Community arbeitet dahinter. Und vor allem auch ein Punkt, wenn ich mit den Entwicklern oder allgemein mit dem Projekt sehr, sehr zufrieden bin oder allgemein es sehr schön finde, stelle ich es in der Arma News vor. Das passiert meistens nicht auf Bitten der Entwickler, sondern ist eher aus freiwilliger Basis, weil ich von dem Projekt überzeugt bin. So wird es mit der Version 5.0 ein großer Teil für die altes Live-Spieler sein, dass man sich hier auch mit einem Kältesystem beschäftigen muss, ein weiteres Housing-System herkommen wird. Also hier werden altes Live-Spiele auf ihre Kosten kommen, mit Individualisieren der Häuser. Man hat wirklich mehr Möglichkeiten, das Ganze zu individualisieren, mehr damit zu arbeiten und vor allen Dingen sollte man in kalten Gebieten doch nicht so lange sein, denn man kann dort auch sehr gut erfrieren. Hier gibt es also einige Sachen, die noch dazukommen werden von Relife RPG. Ein schönes Projekt, ein sympathisches Projekt mit sympathischen Entwicklern. Hier sollte man auf jeden Fall mal reinschauen, wenn man Bock hat. Ich selbst bin ja kein altes Live-Spieler, wie ihr das wisst, aber wer es ist, sollte hier mal einen Blick reinwerfen. Werfen wir einen Blick auf Arma World und einen Beitrag von Craywolf. Und zwar hat Arma World den tausendsten User erreicht letzte Woche oder vorletzte Woche schon fast und diese hatte sich angemeldet und ist jetzt im Forum registriert. Wer Arma World nicht kennt, das ist eine deutschsprachige Community, die sich rund um Arma beschäftigt, in der ich auch unter anderem Moderator bin und mitmoderiere und für die News-Abteilung so ein bisschen mitverantwortlich bin. Und wer also Fragen zu Arma hat und auch mal mitspielen wollte und auch hier muss man sagen, um mitspielen zu können, müsst ihr 16 Jahre sein. Aber um im Forum mit den Leuten zu kommunizieren, ist das natürlich wieder eine andere Sache. Wenn ihr Fragen zu Arma habt, meldet euch dort ruhig an. Sehr hilfsbereites Team, sehr hilfsbereite Community. Wer Bock drauf hat, auf jeden Fall lohnenswert. Werfen wir einen Blick auf Oakland von MS Level Design, was ebenfalls in Arma World jetzt vorgestellt wurde. Und zwar ist es ein Projekt, was vor allen Dingen für die Exil-Community gedacht ist und beinhaltet ein postapokalyptisches Gebiet mit einer Größe von 12 Quadratkilometer. Natürlich viel Wüste, zerstörte Gebiete, zerstörte Gebäude und vor allen Dingen ein Endzeit-Style, was daran erinnern soll, dass es quasi kein Leben oder nur noch wenig auf dem Airplaneten gibt. Ein sehr interessantes Projekt, was zumindest von den ersten Screenshots sehr cool aussieht. Bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Cooles Projekt, alle Male. Vielleicht gebt ihr dem Entwickler auch bei Arma World das ein oder andere Feedback. Gibt vielleicht Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Kritik oder so. Ist sicherlich auch gerne gesehen. Wir haben jedoch nun einen Blick auf ein Projekt. Und dieses Projekt ist von der 6. russischen Armee. Einen Clan, der sich vor allen Dingen auf Opferseite spezialisiert. Und hier sehr intensiv mit einer russischen Community arbeitet, die über 6000 registrierte Spiele hat. Und nun auch die Missionen von dort in den deutschen Raum bringen will. Und diese übersetzt und mit mehr Atmosphäre überarbeitet. Das sind über 100 Missionen. Und natürlich geht es hier noch einmal darum, auch, dass sie jede zweite Woche zukünftig am besten ein TVT-Event starten wollen. Mit bis zu maximal 80 Spielern. Natürlich kann das Ganze immer etwas variieren. Ist natürlich auch eine Sache, wie viele Leute Zeit haben. Und das Projekt muss erstmal richtig anlaufen. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und vor allen Dingen eine sehr große Arbeit. Eine große Sache, die sie sich daran angemacht haben. Denn sie müssen sehr viel machen, wenn sie über 100 Millionen Missionen testen wollen. Und diese Missionen wurden bereits von diesem russischen Clan deutlich getestet. Also es sind getestete Missionen, die fehlerfrei laufen. Nun aber dafür dient, diese quasi mit Ambiente noch zusätzlich zu versorgen und zu übersetzen. Und dann natürlich anzubieten. Bei OneLife TVT kann jeder mitmachen von Arma World oder jeder Mitspieler, der Bock darauf hat. Aber auch hier die Voraussetzung natürlich 16 Jahre. Das liegt einfach daran, dass Arma ab 16 ist. Wer aber Bock darauf hat, kann sich auf jeden Fall auch mal bei Arma World anmelden. Bei den Jungs in Verbindung setzen, die würden sich riesig freuen. Eine cooles Sache, ein cooles Projekt mit sehr netten Leuten im Clan. Ich hatte Kontakt mit den Leuten von der 6. Russischen Armee. Die sind wirklich sehr angenehm. Es hat Spaß gemacht, mit den Leuten zu reden. Wobei schauen lohnt sich auf jeden Fall. Ein weiterer Punkt ist vielleicht für die Leute interessant, die sich mit SQF auskennen. Die Dritte Jäger-Kompanie, James von der Dritte Jäger-Kompanie, hat bereits vor langer, langer Zeit ein Skript-Tutorial geschrieben für SQF. Link ist dazu unten in der Beschreibung. Und sucht nun Unterstützung, das Ganze etwas auf Vordermann zu bringen, etwas damit zu arbeiten und hier mehr Unterstützung zu bekommen und das Ganze vielleicht zu erweitern, aufzuarbeiten und zu verbessern. Schaut vielleicht einmal rein, lest euch das Ganze durch. Und wenn ihr wirklich sehr, sehr viel Erfahrung mit SQF habt, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, den netten Herren zu helfen. Hier ist natürlich eine sehr, sehr große SQF-Erfahrung erforderlich. Jetzt ist es soweit, denn letzte Woche kam endlich das Community-Upgrade-Projekt von KAP. Das bedeutet quasi für uns, es kamen endlich Arma-Drei-Einheiten der US-Kräfte dazu und es kamen russische Streitkräfte hinzu. KAP ist ein Projekt, was sehr, sehr viel Inhalt bietet und sehr viele Funktionen. Und vor allen Dingen, die Funktionen sind einwandfrei, es funktioniert alles mit Ace-Kompatibel, mit Vanilla, es gibt da keine Probleme. Sieht dafür aber allerdings etwas schlechter aus, aber das Projekt auch nur für sich ist sehr, sehr awesome und sehr genial. Und jetzt auch endlich mit ersten amerikanischen und russischen Einheiten. Zukünftig soll es dabei auch unter anderem später noch UN-Einheiten geben. Hier soll also noch viel hinzugefügt werden können. Auf den Blick auf die Fraktionen sehen wir also, was noch kommen soll, was stellenweise aber auch schon drin ist. Hier soll also einiges erweitert werden und wer es noch nicht weiß, immerhin gibt es auch bei KAP den Dingo für Arma-Drei wieder, für die Bundeswehr. Also hier gibt es auch erste Bundeswehrfahrzeuge. Diese Fraktionen sollen nach und nach natürlich erweitert werden. Das letzte Update ist da, ist riesig, wenn man alles updaten muss, glaube ich 8 GB. Gut, die Updategröße ist etwas kleiner, aber das eigentliche Projekt mit KAP Terrain, mit KAP Vehicles, Weapons und Units, also quasi Einheiten, Waffen, Maps und mit den Fahrzeugen ist das Projekt insgesamt ungefähr 8 GB groß, aber lohnenswert, weil es sehr viel Inhalt bietet. Kurzer Blick auf Ace 3 oder eher auf Atom. Jetzt wurde das Update für das neue Plugin, für das Plugin, für die Arma-Language in Atom geupdatet. Das steht nun zum Download. Link zu den Twitter-Eintragen und damit auch zu dem Download des Paketes von Atom in der Beschreibung. Ich wollte in den nächsten Wochen ein Tutorial zu Atom machen, ein Programm, ein Texteditor, der sehr, sehr mega ist. Vor allen Dingen mit der Zusammenbildung von dem SQF-Funktionen vom Ace-Team ist das auf jeden Fall sehr cool gemacht. Da gab es jetzt das Update. Schaut mal rein, wenn ihr Atom nutzt. Ihr wisst, ich spiele in der NATO-Taskforce und hier auch nochmal ein kurzer Überblick, weil ich immer wieder gefragt werde, wie sieht es aus, wie sind die Events. Ihr seht, wir spielen sehr regelmäßig aktuelle Missionen und das war schon seit langem so, im März, im April. Es war eigentlich schon immer so und wird weiterhin so gehandhabt. Wenn ihr also mindestens 16 Jahre seid, Bock auf taktisches Spiel haben, wirklich taktisches Spiel habt, dann bewerbt euch im Forum der NATO-Taskforce. Das ist natürlich nicht mit meinen Community-Events zu vergleichen. Das ist eine deutliche Nummer härter, stellenweise deutlich strenger. Aber trotzdem mit viel Spaß bei der Sache. Wer Bock darauf hat, sollte auf jeden Fall mal reinsehen. Und ihr seht, wir haben Events hauptsächlich Freitag, Samstag. Aber unter der Woche findet das ein oder andere Event, die ein oder andere Ausbildung statt. Wer also Bock auf viel Arma hat, ist hier gut aufgehoben. Sind wir auch schon durch mit der Arma-News? Was heißt schon? Sagen und schreibe über 19 Minuten, fast 20 Minuten gegen die Arma-News. Ich möchte mich im Namen vom Arma-World-Team und natürlich im Namen von mir für eure Aufmerksamkeit bedanken. Lasst fleißig Feedback da. Hier sollte man wieder dazu sagen, kam ich wieder erst einmal kurz nach dem Community-Event dazu, das Ganze aufzunehmen. Eventuell leichte Versprecher seien mir also bitte zu verzeihen. Bis zur nächsten Woche wünsche ich euch alles Gute. Denkt daran, Leute, ihr seid die Besten, kein anderer. Ich freue mich darauf, euch bald wiederzusehen. Bis bald, euer Martin. Tschüss. 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 Tschüss.